Da schwimmt unser Conny. Können wir mal auf Pause gucken? Wir sind jetzt da, wo es vom See auf den Kanal eingeht. Jetzt darf ich es gerade nicht verlieren, jetzt müssen wir mich wieder ein bisschen konzentrieren. Es ist ungefähr, ich schätze mal, eine Stunde im Wasser. Es muss noch bis, ich schätze mal, da oben schwimmen, so gut wie ein Kilometer wird es sein. Also nach meinem Schätzungsweg. Eine wahnsinnige Leistung. Macht's gut, also mir gefällt's gut. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus.